Was ist das, was wir hier gemacht haben? Ja, man muss halt nur einfach sich so ein bisschen hier zum Kaffee verabreden und schauen. Bleib mal bequem. Aha. Im Leben. Genau. Das ist eigentlich so viel. Ja. Weißt du, was die hier gemacht haben? Nee, keine Ahnung. Irgendwie komme ich nicht weg hier. Ich weiß auch nicht. Ich bin in Leipzig fliegen geblieben. Und jetzt? Auf dem Papier und so? Ja. Fernsehmobil? Ja, genau. Was ist das denn? Man hat immer irgendwie die falschen Papiere und dann geht es halt zur Arbeitsagentur. Ja, jedes Papier hat zwei Seiten. Ja. Vielleicht blieb das eine, blieb die eine und die andere blieb nicht. Naja, du musst es halt alles unterschreiben aber hier und dann kriegst du da halt immer wieder neue Papiere. Und das bindet dich halt schon, ne? Hm. Okay, also ja, kannst du die Papiere nicht einfach vertrenden. Wie kannst du wohl überhaupt nicht unterschreiben? Nein, die sind ja auf der Spur, er kommt diesnächst so und zack. Wie kannst du wiederkommen? Hm. Ja. Du musst es halt immer auf der Lassen nachführen, ne? Du musst es halt immer auf der Lassen nachführen. Du musst es halt immer auf der Lassen nachführen.